Die Stimmung ist natürlich hervorragend. Wir sind hier in Leipzig angekommen im Hotel, sind schon ein paar Tage hier, haben uns hier gut eingelebt, trainieren fleißig, haben heute auch schon eine Trainingseinheit absolviert. Gleich geht es nochmal ins Training und es knistert. Man merkt so richtig, dass es jetzt langsam endlich losgehen kann. Wir haben natürlich eine Riesenvorfreude. In zwei Tagen geht es los und wir können es auch kaum erwarten. Wir haben viel trainiert, haben viel investiert und wir freuen uns alle riesig auf Freitag. Ich habe immer gerne in Leipzig gespielt, weil das Publikum auch so mitgeht und wir wollen natürlich mit Leidenschaft irgendwo das Publikum begeistern. Und wenn wir Vollgas geben, dann denke ich, macht das Publikum das auch und das wird natürlich eine geile Stimmung. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, man braucht natürlich einen sehr guten Fokus. Wir sind sehr gut vorbereitet. Das waren wir immer unter Michael Biegler. Das wissen wir. Wir müssen uns wirklich an die Systeme halten und dann braucht man sicherlich auch ein Quäntchen Glück.